Frau Düsdorf trifft auf Sergej Skripka für die Sportunion Annenburg. Die Wertung dieses Kampfs gerade, fünf Wertungspunkte für die Annena, 10 zu 4, Zwischenstand. Die Wertung des Kampfs, die Kampfs, die Kampfs, die Kampfs! Die Kampfs, die Kampfs, die Kampfs, die Kampfs! Die Kampfs, die Kampfs, die Kampfs, die Kampfs! Die Kampfs, 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 die Kamp Und eine einzelne Führung, der heute geht weiter im Stand, noch eines bereit sind, zur Pause. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Situation entsteht, wird nur einmal verloren. Die Situation entsteht, wird nur einmal verloren. Die Situation entsteht, wird nur einmal verloren. Die vorhafte Bodenlage, noch 2 Minuten 30. Anderer. Anderer. Und dann können wir jetzt stehlen werden. Freunde, eins zu feines. Volkastik, 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 Volkastik. Mein Gott, Walter, wie lange müsst ihr noch warten? Anzeige, Anzeige, Anzeige! Nächste Fassilitätsanzeige in der zweiten Runde, beim 0-1 ist das möglich und vom Regelwerk gefordert. 2-1, noch 1,20. 5-2, noch 1,20. Ihr zwischen 20,00, 40,00 ist ein sehr großer Wungen. Von 14,00! Das sind 3,00! Das sind 4,00! Es läuft die letzte Minute, ich mach gerne noch mal Laub, Berliet. Abgerutsch, der Griff, Kandidaten. Auch Ihnen herzlich willkommen hier in der Handlung. So, weiter geht's, noch 30 Sekunden. Siein! 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 2 zu 1 Punkt Sieger in seinem letzten Kame für die Sportunion, Sergei Skrippner. Ein Wertungspunkt.